Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Unterwegs in Düsterburg. Ja, im letzten Part haben wir uns angefangen hier in dieser Stadt umzuschauen. Königsberg heißt dieses schöne Örtchen. Ist riesig und wir haben auch schon einen Quest erledigt für, für wir einen läppischen Taler bekommen haben. Und es scheint so, als ob ich in viele von diesen Häusern einfach mal gar nicht rein kann. Äh, Katzen habe ich hier. Ich spreche erstmal mit den Leuten hier draußen. Servus Leute, neu in Königsberg. Wir sind erst vor kurzem angekommen. Wer seid ihr? Ich bin Minas, scheidender Erfinder, der Minas Wuntermacher Spezial. Hört sich interessant an, Herr Minas. Ist das so eine Art besseres Riechsalz? Eigentlich hat es eher den umgekehrten Effekt. Vielleicht sollte ich den Namen nochmal überdenken. Wenn ihr es mal probieren wollt, besucht mich doch mal abends in meiner Taverne. Sobald wir die Zeit dazu finden, schauen wir mal vorbei. Sind Zwerge nicht fast der Schall? Da habt ihr aber eine Information gehörig in den falschen Hals gekriegt, junger Mann. Schon die kleinen Zwerglinge lieben es, im Meer, in Bächen und Flüssen zu planschen. Eins mögen wir allerdings überhaupt nicht. Und das wäre... Das Zeug zu trinken, Pulp... Oh, da lob ich mir ein Schluck frisch gezapftes Zwerg an dir. Ist übrigens auch ein hervorragender Ersatz für Muttermilch. Macht's gut. Und wer bist du? Du siehst so ein bisschen aus wie so ein Kind der Apokalypse. What the... Der Wahnsinn! Hahaha! Der Wahnsinn kommt! Er reitet dem Herrn voraus! Meduana wird treu sein! Ja, treu! Der Herr wird es ihm lohnen! Was faselt ihr da, Mann? Seid ihr noch bei Sinnen? Spart euch die Mühe, Quendi. Dieser Mann wurde vom dunklen Gott mit Schwachsinn belegt. Was meint ihr damit? Ich habe so etwas schon oft gesehen. Manche Menschen erhoffen sich von einem Pakt mit dem dunklen Gott die Gabe in die Zukunft zu schauen. Aber ich habe noch niemanden erlebt, der mit dem Wissen um die Zukunft lange bei geistiger Gesundheit bleibt. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der dunkle Gott seine Gaben vorteilt. Kann ich den da nicht abschlachten? Nee, du noch! Hat den Wahnsinn bereits empfangen! Er ist das Geschenk des Herrn! Ja, bitte! Der Tag ohne Namen wirft seinen Schatten voraus! Er kommt und jedes Wesen wird ihn neu benannt und von neu benannt werden! Was? Und jedes Wesen wird neu benannt werden müssen! Was faschelt der jetzt schon wieder? Der Tag ohne Namen? Die Anhänger des dunklen Gottes glaubten, dass dies der Tag ist, der auf der Nacht folgt, in der er sich in den Wegen unserer Sphäre gebahnt hat. Okay. Ach, du bist es! Nee, mach's gut! Ähm... Gut, hier nehme ich jetzt mal die Häuser schon mit. Ähm... Was seid denn ihr? Was habt ihr hier zu suchen? Och, die Tür war offen und da dachten wir, schauen mal, ob alles in Ordnung ist. Das ist ja eine sehr löbliche Einstellung, aber ich kann durchaus auf mich selbst aufpassen. Und ihr hier allein? Nein, gemeinsam mit meiner Gattin Trudel. Aber sie ist nur selten zu Hause. Eigentlich sehe ich sie fast nie. Trudel? Was schaut ihr jetzt so? Ist ihr etwas zugestoßen? Ähm, ganz im Gegenteil. Ich meine, ich hatte eine Tante, die hieß auch Trudel und die hat mich immer verprügelt. Darin musste ich nur gerade denken. Was ist euer Beruf? Ich gehe keine Treiblichkeit mehr nach. Früher war ich Feldwebel bei den kaiserlichen Truppen, die auch für meine Rente aufkommen. Seit diesem Unfall. Was für ein Unfall? Ich möchte nicht darüber reden. Das ist meine eigene Angelegenheit und vielleicht noch die meiner Gattin. Wir gehen mal wieder. Ähm... Ja, Trudel, das war doch die, die den Gwendy so toll fand und ihn der Libra ausspannen wollte. Und, äh, was mir auch gerade einfällt noch. Ähm, diesen wilden Evo, den, äh, wo man erzählt hat, sich in dieser einen Taverne, ähm, den hätten wir auch noch irgendwie treffen können. Aber ich habe es irgendwie bei diesem Durchgang scheinbar leider nicht geschafft, ihn zu finden. Sehr, sehr schade. Guten Tag, kann ich euch helfen? Ähm... Es sieht nach einem kleinen Kind aus, so ein bisschen auch mit dem Teddy. Wer seid ihr? Ich heiße Quendi. Ich bin ein Streiter, wieder die Finsternis. Und ein wichtiges Tour ohne Gleichen. Ich heiße Natasha. Ich studiere an der Akademie und habe mich auf die Erforschung des Ozeans spezialisiert. Leider ist die Universität momentan geschlossen und all meine Freunde sind bei ihren Eltern. Und was ist mit deinen Eltern? Mama ist schon lange tot. Mein Vater ist ein Walfänger. Er arbeitet sehr hart daran, meine vernünftige Ausbildung zu ermöglichen. Manchmal ist er monatelang auf See. Ich habe ihn seit letztem Winter nicht mehr gesehen. Mittlerweile ist mir auch das Geld für mein Studium ausgegangen. Aber solange Ferien sind, kann ich ihm fliegenden Fisch aushelfen. Machst du dir keine Sorgen, um deinen Vater Wale zu jagen? Ist doch sicher sehr gefährlich. Doch sicher. Manchmal liege ich nächtelang wach und kann an nichts anderes denken. Sollen wir dir mit etwas Geld aushelfen? Danke, das ist sehr freundlich von euch. Aber ich komme über die Runden. Pro Geld, wie viel habe ich eigentlich? 19348. Ich war gerade mal zu blöd zum Sprechen. Das kennt man ja. Oh, guck mal, da gibt's sogar Treppenkörner-Eräusche. Also ich mein, hört mal. Nicht gut. Ähm. Oh, schon wieder so einer, der erstmal herlopft. Könnt ihr nicht klopfen, bevor ihr hereinplatzt? Entschuldigung, wir haben doch glatt vergessen die Macht der Gewohnheit. Naja, jetzt wo ihr hier seid, weiß ich kann ich für euch tun. Wer seid ihr? Ich heiße Warnfried. Das war's dann, Bursche. Jetzt machen wir dich fertig. Quendi, lass den Mann, du siehst doch, dass er nicht der echte Warnfried ist. Ich habe gelernt, mich nicht mehr auf den bloßen Schein zu verlassen. Hast du etwa schon Roncarlo Tiparoli vergessen? Quendi, es ist Tag hell hier drin. Ein Vampir wäre schon längst in Flammen aufgegangen. Ähm, das stimmt natürlich. Er steckt dein Schwert wieder weg, du Hornochse! Verschwindet sofort aus meiner Mund, oder ich rufe die Püttel! Sicher, mein Herr, wir sind schon weg. Sein Vater hat dem kleinen keinen Gefallen getan, als er ihm diesen Namen gegeben hat. Der Mann war deutlich über 30 Jahre alt. In jenen Tagen war Warnfried noch ein Name wie jeder andere. Da habt ihr natürlich auch wieder recht. Und da hinkt ein Zettel. Gero Ronson, Nachforschungen? Ich übernehme jeden Fall. Äh, ja, dann übernimm mal jeden Fall. Ha! Kundschaft! Betrachtet euren Teil als gelöst. Ich nehme 100 Taler pro Tag. Plus Spesen. Noch Fragen? Hä? Hä? Was soll das heißen? Hä? Seid ihr etwa nicht gekommen, weil ihr ein Geheimnis habt, das enträtselt werden muss? Wir haben das Schild draußen gelesen. Äh, Schatz, der Herr ist ein Nachforscher. Ronson, Gero Ronson. Ich stelle Nachforschungen jedweder Art an. Habt ihr ein Problem? Ein ungelöstes Geheimnis? Dann seid ihr bei mir richtig. Hm. Ermittelt ihr auch in Dingen, die mit Vampiren zu tun haben? Tut mir leid, das ist die einzige Ausnahme, die ich mache. Ich habe eine leichte Schwäche an der Halsschlagader, müsst ihr wissen. Dann können wir uns wohl... Könnt ihr uns wohl doch nicht helfen. Macht's gut. Entschuldigt, mein Herr. Wenn ich etwas großspurig gewurte. Bitte zeigt mir die kalte, nicht die kalte Schulter. Dann kriegt ihr eben die Warme und ich gehe trotzdem. Irgendwie habe ich den Eindruck, als seid ihr derjenige, der ein Problem hat, das gelöst werden muss. Da habt ihr möglicherweise sogar recht, mein Herr. Ich stehe kurz vor dem Ruin. Niemand nimmt meine Dienste in Anspruch. Ehrlich gesagt wundert mich das nicht bei eurem Aufzug. Ihr könnt mal eine neue Kluft vertragen. Wie meint ihr das, meine Dame? Na allein dieser zerknitterte Hut, unmöglich. Zieht den mal ganz schnell aus. Ich führe mich ohne Wund aber irgendwie nackt, wenn ihr versteht, was ich meine. Angesichts dieser nackten Tatsachen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wir werden sehen, was wir für euch tun können. In einer Stadt wie dieser wird man ja sicher irgendwo eine passende Kopfbedeckung finden. Bleibt wo ihr seid. Wir sind bald wieder da. Keine Sorge, meine Dame. Ohne Mut würde ich mich ohnehin nicht auf die Straße trauen. Okay. Oh, ich habe ein Stöckchen eingesackt. Okay. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Ich habe nur die Angewohnheit bei, ähm, Vicky Makerspielen nicht immer überall genauestens umzusehen. Aber das hat man sicher schon gemerkt. Ähm. Oh. Das sieht aus wie so ein Skelettkrieger. Okay, doch nicht. Macht bloß keine Ärger, Jörn. Königsberg herrschen Recht und Ordnung. Und, äh. Und, äh, pinke Rüstungen. Hochzeit, wann klopft die, äh, klopft er an? Ist ja geil. Ich habe den noch nie anklopfen sehen. Ist das jetzt die Taverne? Okay. Das ist scheinbar die Taverne. Oder ein, äh, eine Schwiede, wie es ausschaut. Das könnte auch noch sein. Oh, du, warte. Ich sehe in deinem Auge. Und du suche große Dinge, wie ob er spezial sei. Habe ich recht? Was? Der will dir nur was ganz besonderes verkaufen, Schatz. Hier, bei Sachen. Mache, du kriege, was du wolle. Nichts ist unmöglich. Sag ich, äh, äh, dir, was? Sag ich, dir macht, was immer du wünschst. Was genau stehst du her? Ach, nur die exquisite Dinge nach deinem ganz persönlichen Winst. Nix ist, äh, äh, alles einzigartig auf der Welt. Äh, ja, was denn nun genau? Waffenrüstungen, magisches Kriegsgerät. Och, nix solches Schöckkircherzeug. Seine Kindler, keine Metzger. Was soll der Spaß kosten? Das hängt davon ab, von welcher Sache, die du da verbaut werden soll. Du müsstest zahlen, jedes Teil selbst. Außerdem, tausend Teile für jedes Stück, dass die Sache in dein Teil einbauen muss. Erzähl mir was über die Stadt. Das sei eine schöne Stadt, eigentlich immer gewesen. Bloß in letzter Zeit sei, äh, was? Es wäre immer etwas komisch, du müsse wiese. Komisch? Es habe angefangen, als hier neben der Hane, Besitzer von der Haus, ist gestorben. Sehr merkwürdiges Gesicht. Man ihn gefunden habe, ganz merkwürdiges, in eine Kiste mit einem Pfahl gehauen durch sein Herz. Da war nur noch, äh, sein Katzelein bei ihm. Das hat, klebt seine Wunde. Seitdem tut sich, lege immer mehr schwarze Schatten über Königsberg. Leid werde schnell, was, besser und so. Ach, böse, okay. Du verstehe! Nur die Hälfte, aber ich glaube, ich das gelügt. Bis später. Bäh, komischer Kerl. Der ist mir irgendwie jetzt schon unsympathisch. Ähm, kann ich hier drüben noch irgendwo... Ah, mit einem reden. Hallo zusammen. Ihr seid neu hier, stimmt's? Ja, wir kommen gerade frisch aus Düsterburg. Hoi, oi, oi. Ihr scheint ja Mut zu haben. Nur die raffgierigsten Händler und ein paar sentimentale alte Männer wagen sich dorthin. Wie ist es denn da so? Mittlerweile friedlich. Wir haben da aufgeräumt. Natürlich. Wir haben den schwarzen Herzog verdroschen und ihn hierher nach Königsberg gejagt. Aber klar doch. Glaubt ihr mir etwa nicht? Doch, natürlich. Ihr seid ein Held, keine Frage. So ähnlich wie mein Opa, der gerade auch immer von seinen großen Taten erzählt. Die ihm leider keinen roten Hehl eingebracht haben. Hallo Leute, auf der Suche nach einer schönen Klinge oder einem gleißenden Panzer? Das seid ihr bei Waffenlars gerade richtig. Guten Tag. Ich heiße Quendi und bin einer feinen Klinge gegenüber immer aufgeschlossen. Dann wird euch mein Sortiment sicher begeistert. Ich habe mich auf die Ausrüstung eines Drachenjäger aus Kostaki spezialisiert. Äh, der Drachenjäger aus Kostaki. Es gibt nichts besseres auf der Welt. Aber das hat natürlich auch seinen Preis. Zeig mal her. Drachenschuppen. Alter Falter. Ich glaube, ich sollte etwas Geld sammeln tun. Eine Rüstung aus Drachenschuppen. Ein Helm aus Drachenschuppen. Ich glaube, diese Rüstung brauche ich. Ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Zu teuer, oder was? Ich brauche diese Rüstung. Oh, eine Flasche. Da unten schwimmt eine Flasche im Wasser. Äh, hallo? Nimmst du die auch mal? Dann eben nicht. Hoppla. Halt! Hier geht es nicht weiter. Fremden ist es nicht gestattet, an Bord zu kommen. Wir gehen ja schon. Grüßt euch. Was kann ich für euch tun? Was ist das für ein Schiff? Das ist die Karat. Die Perle der kontaktischen Handelsmarine. Und wer seid ihr? Ich heiße Braunberg und bin der Käpt'n dieses Schiffes. Braunberg? Das ist aber ein Ulkiger-Name für einen CV. Lasst mich bloß in Ruhe damit. Ich kann doch nichts dafür, dass mein Vater ein reicher Pelzhändler in Kostaki war. Als Leichtmatrose habe ich mir noch mehr überlegt, ob ich meinen Namen nicht besser in Seebär ändern soll. Die anderen haben mich immer aufgezogen damit. Aber dann lernte ich eines Tages einen Mann kennen, den ich wie ich zuvor selten eingesehen hatte. Ein kerniger Bursche, mit allen Wassern der Weltmeere gewaschen. Sein Vater hat ihn auf den Namen Susanna taufen lassen. Er erzählte mir, dass es gerade dieser Name gewesen sei, der ihn zu dem gemacht hatte, was er nun sei, weil er sich immer gegen alle wehren müsste. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich behielt meinen Namen. Und ihr seht ja, was aus mir geworden ist. Was habt ihr für eine Fracht? Wir haben Getreide von Steckrüben für das kostakische Volk geladen. Keine Passagiere? Ich höre von einem schlanken, schwarzhaarigen Mann mit dem Tön eines Königsberger Käses. Nein, Urmer Nahrungsmittel. Und irgendwelche Kisten, Särge oder dergleichen? Also eine Sendung für eine Privatperson? Tut mir aufrechtlich leid, aber damit kann ich nicht dienen. Macht's gut. Okay, ich sehe schon. Also wir müssen hier wohl Warnfried ausfindig machen in dieser Riesenstadt. Deswegen ist die Stadt auch so riesig. Und ich würde sagen, an dieser hübschen Stelle beim Meer werde ich einen kleinen Cut machen. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play, unterwegs in Düsterbrück. Bis dahin. Ciao, Leute.